Die Saison von Borussia Mönchengladbach neigt sich dem Ende zu und der Kampf um den Verbleib in der Bundesliga erreicht ein noch nie dagewesenes Spannungsniveau. Allerdings plagen die Mannschaft von Gerardo Sioane ein wiederkehrendes Problem, der Punktverlust nach der Führung. Beim letzten 2 zu 2 Unentschieden gegen Werder Bremen zeigte sich dieser besorgniserregende Trend erneut. Obwohl Robin Hack schon früh den ersten Treffer erzielte, mussten die Fohlen erneut miterleben, wie ihnen der Vorsprung entglitt. Für viele Fans ist diese Erzählung bereits zu vertraut, ein anfänglicher Vorteil, der in der Enttäuschung verschwindet. Sky-Experte Erik Mayer lieferte vor dem Spiel eine Analyse, in der er die Bedenken der Fans aufgriff und betonte, dass Gladbach bereits unglaubliche 27 Punkte verschwendet habe, nachdem es in dieser Saison in verschiedenen Spielen die Führung übernommen habe. Diese alarmierende Statistik lässt ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit des Teams aufkommen, in entscheidenden Momenten die Kontrolle zu behalten. Das Aufeinandertreffen gegen Werder Bremen war ein weiterer Beweis dafür, wie die Gladbacher nach Führung, Rückzug und Verlust der Spielkontrolle destabilisieren können. Dies steht in krassem Gegensatz zum üblichen Spielstil der Mannschaft und führt zu Frustration und Unruhe bei den Fans. Jetzt, da nur noch wenige Spiele übrig sind, steht die Mannschaft vor einem Wettlauf mit der Zeit, um eine Lösung für dieses chronische Problem zu finden, um ihren Verbleib in der deutschen Fußballelite zu sichern. Gerardo Seuane und seine Spieler stehen vor der Herausforderung, weitere wertvolle Punktverluste zu vermeiden und bis zum Schlusspfiff die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Und Sie, leidenschaftlicher Fan von Borussia Mönchengladbach, wie sehen Sie das Thema Punktverlust nach der Führung? Was wäre die beste Strategie, um diese Herausforderung zu meistern? Teilen Sie Ihre Meinungen und Vorschläge in den Kommentaren unten. Teilen Sie Ihre Meinungen und Vorschläge in den Kommentaren, wie sehen Sie das Thema Punktverlust nach der Führung?